Wir hat 1990 Die A-Nationalmannschaften von Deutschland und der Niederlande treffen heute aufeinander. Im Duell der U-20-Teams kam es nach dem Abpfiff zu Szenen, die an 1990 erinnern. Der deutsche U-20-Nationalspieler Salih Özkan ist nach dem 1.1 im Testspiel gegen die Niederlande von seinem Gegenspieler angespuckt worden. Unmittelbar nach dem Ende der Partie am Freitag in Meppen, die 1.1, 1.1, endete, spuckte der Niederländer Jörth Antetze den Mittelfeldmann vom 1. FC Köln an. Der Grund für die Attacke auf Özkan war zunächst nicht klar. Der Kapitän der deutschen Nachwuchsfußballer reagierte zwar relativ cool, dennoch kam es auf dem Spielfeld im Anschluss zu Tumulten und kleineren Rangeleien. Özkan hatte kurz vor Ende der Partie einen Foul-Elfmeter verschossen. Die deutsche Führung erzielte Florian Barck von Hertha BSC in der 21. Minute. Fast im Gegenzug gelang den Niederlanden der Ausgleich durch Kelsier Huys, 23. Es war ein intensiver, teils hitziger Fight. Beide Mannschaften haben sich überhaupt nichts geschenkt in diesem Spiel, sagte U-20-Coach Michael Schönweitz. Frank Hart, er, spuckt Rüdy Völler im WM-Achtelfinal 1990 an den Hinterkopf. Quelle, Bigger Alliance-Martiner Hellmann Die Spuckattacke gegen Özkan erinnerte an die Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden bei der WM 1990 in Italien, als der Holländer Frank Rijald den deutschen Rudi Völler angespuckt hatte.